ASG Bildungsforum Guten Morgen, hier ist Himmel und Erde aus Düsseldorf, heute mit Annette Florin. All diese Religionen teilen wichtige ethische Grundwerte. Es gibt also schon eine verbindende Grundlage. Diese gemeinsamen ethischen Standards nannte Hans Küng Weltethos. Das ist zu hören im Erklärvideo der Stiftung Weltethos. Dieser etwas schwierige Begriff geht zurück auf den vor zwei Jahren verstorbenen katholischen Theologen Hans Küng. Er hat sich intensiv mit verschiedenen Weltreligionen und ihren Gemeinsamkeiten befasst. Bis Ende Mai kann im ASG Bildungsforum in der Gerrisheimer Straße 90 kostenlos eine Ausstellung besucht werden, die sich genau damit befasst und Weltreligionen Weltethos Weltfrieden heißt. Was zeigt die Ausstellung? Sie zeigt acht Weltreligionen. Religionen bieten ganz viel an Spiritualität, wonach die Menschen heute suchen. Da gibt es große Gemeinsamkeiten und die herauszuarbeiten, das ist das Ziel. Walter Lange von der Stiftung Weltethos wird am 27. April in der ASG einen Vortrag dazu halten und von der Entstehung dieser Ausstellung berichten. Da geht es vor allem um Werte. Was bieten die Religionen uns an, damit wir einen Anker im Leben haben? Und da ist ganz viel zu entdecken. Und das wird in verständlicher Sprache, mit ansprechenden Bildern und mit Videoangeboten im QR-Code auf Tafeln präsentiert. Dabei spielen theologische Diskussionen, Dogmen oder Glaubenssätze keine Rolle, sondern im Mittelpunkt steht das gute Miteinanderleben aller Menschen. So erklärt es auch der promovierte Theologe Georg Henkel vom ASG-Bildungsforum. Bei allen Unterschieden in den Glaubensinhalten und Bekenntnissen, es gibt ein grundsätzliches Verständnis von dem, was gut für Menschen ist und hilfreich im Zusammenleben. Und auch notwendig, damit wir friedlich zusammenleben können. Neugierde, Offenheit und Dialogbereitschaft sind dabei Grundvoraussetzungen. So Walter Lange. Ich bin Christ, aber ich lerne aus den anderen Religionen ganz, ganz viel. Und das passiert vor allem durch interreligiöse Begegnung. Georg Henkel hat mit dem ASG-Bildungsforum dazu ein Begleitprogramm konzipiert. Es soll immer darum gehen, dass man sich über manchmal das gemeinsame Essen austauscht und ins Gespräch kommt. Das ist wirklich sehr niederschwellig angelegt. Es wird für jüdische Feste gemeinsam gekocht und gegessen. Bei den Herzensgebeten wird nach christlicher und muslimischer Art meditiert. Und im September soll eine Laubhütte gebaut werden. Georg Henkel wünscht allen Teilnehmenden die Erkenntnis, dass es um ein gemeinsames Gutes und ein gemeinsames Verbindendes geht, auf dieser Welt zusammen zu leben und sie gut zu gestalten für Menschen. Nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft. Übrigens, hier noch ein Tipp. An diesem Wochenende hat in Düsseldorf ein Gospel-Workshop stattgefunden. Und heute präsentiert der Projektchor in einem öffentlichen Konzert, was da gelernt wurde. Heute in der Franz von Saleskirche, Siegburger Straße 165, um 17 Uhr, ein Gospel-Konzert. Eintritt ist frei, Spenden erwünscht.